Hallo und herzlich willkommen, nächste Folge Arena, hier ne, erste Folge Deck gebaut, zweite Folge gewonnen, dritte Folge verloren, jetzt sind wir hier in der vierten Folge und ich hab so das Gefühl, dass das Deck einfach absolut miserabel ist, was ich da gebaut habe. Das kann doch nicht sein, dass ich so hart ins Gesicht bekomme. Das Licht gehorcht mir. Frohes Winterhauchfest, Champion. Das Licht gehorcht mir. Kann ich Bedarf würfeln? Ja, okay, danke schön, freut mich, freut mich sehr, freut mich wirklich sehr, ne, so ne Panik davor oder was? Was wollt ihr? Werde mich zu retten! Weieee, da fahre ich jetzt ein bisschen Schiss, aber wird wohl nicht, Arena, ne? Ja, den hab ich auch. Oh, viel Sex! 2 plus 2 würde nicht reichen. Und den dazu würde auch nicht reichen. Also machen wir's so. Ah, ich hab gehofft, wer Geheimnis... Geheimnis... Geheimnis, Alter, Geheimnis... Geil! Find ich nicht schlimm, find ich nicht schlimm. Nicht wirklich nicht schlimm. Nice! Dankeschön! Brauche ich nämlich nur den zu ab, Mann. Geheimnis, Alter, Geheimnis, Alter! Mh. Mh. Okay. Mh. Und dann mache ich, ich glaube, das ist der beste Zug jetzt, dann kriege ich einen Dude, der davon profitiert und habe nochmal zwei Murlocs auf dem Brett, richtig aggressive. Und dann baller ich nicht wieder all meine Karten raus, wie in den letzten zwei Spielen. Ein bisschen sparsam damit sein, glaube ich. Mh. Mh. Schön. Ich bin sehr erfreut. Sehr erfreut. Mh. 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 Geil. Schachmatt oder was? Könnte gut sein, ne? Ich glaube, Schachmatt. Zum Renngriff! Melde mich zum Dienst. Fertig. In den Kampf! Was glaubst du so? Aber es reicht nicht. Juhu, ich gewinne auch mal. Melde mich zum Dienst. Gut gespielt. Gut gespielt. Aufgesessen! Aufgesessen! Melde mich zum Dienst. Ich zerschmetter! Aufgesessen! 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 Ich gewinne auch mal. Ist das schön. Juhu! Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Video, ne? Tschöööö!